Applaus von Niki Eilholzer. Bravo! Spielsatz und Sieg! 21. Halbzeit gewinnt es auch im zweiten Satz. Wir verabschieden uns von den neuen deutschen Damen. Tolles zu dir gespielt. Stefan, die Hintermann und Lena Aulderns. Und im Halbfinale. Asterscheiß, Isabel Vorder, Adolf Wörtschein, Gönbry! Hände nach vorne, Herr Thüringen. Alle nach vorne, dass wir mal rausgehen. Jetzt geht's der Homeroide. Jetzt geht's mal von vorne. Hoch die Hände im Wochenende! Das war's für heute, meine Damen und Herren. Morgen geht's um zwölf Uhr weiter. Ein bisschen...